Tobi Wecker, heute mal eine Sonderausgabe von LöwenTV. Dank Extratipp, was ist hier los? Ja, ich glaube wir wurden nominiert für die Eis-Wasser-Challenge und das wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Wir wollen die Aktionen da unterstützen und haben uns auch ein paar Nominierungen ausgedacht. Zum einen wäre das der Oberbürgermeister Bertram Hilgen, die HNA-Sportredaktion und die Regionalligamannschaft des KSV Baunatal. Das hört sich doch positiv an. Alles klar. Gut, viel Spaß. 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 Gut, viel Spaß.